Ja, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Lennart Haarmann. Ich veranstalte gemeinsam mit meinem Kollegen Hannes Maas den Berg der Heider Poetry Slam Wort für Wort. Ich sollte eigentlich auch kommen und ein paar Verse sprechen, habe es aber leider nicht zur Aufzeichnung geschafft, deswegen begrüße ich euch hier in meinem kleinen Privattheater in Hamburg. Der Berg der Heider Poetry Slam ist wie alle anderen Veranstaltungen bis nach dem Sommer abgesagt und ich habe leider keine Bühne, auf der ich meine Texte präsentieren kann und deswegen dachte ich, ich mache das einfach hier. Es ist so, ich schreibe ganz gerne Texte über persönliche Themen und ein Problem von mir ist, dass ich es nicht mag, wenn Dinge aufhören, also wenn Dinge enden. Früher, wenn meine Mutter gesagt hat, jetzt ist aber mal Schluss. Das fand ich schon ganz, ganz schrecklich und ich bin so ein bisschen in mich gegangen und habe recherchiert und habe dann einen Text geschrieben mit dem Titel Alles endet, vor allem die Musik. Viel Spaß. Alles endet. Davon können wir ausgehen. Und es wird so lange Zeit mit dem Beenden verschwendet, bis wir irgendwann mal draufgehen. Wisst ihr was? Ich kann enden nicht ausstehen. Und wir können jeden Moment bis zum Geht nicht mehr ausdehnen. Bei Freunden zu sitzen und nie wieder aufstehen. Leute, die ich verlor, will ich gleich wieder aufheben, jede Situation mit einer Kamera aufnehmen und außerdem endlich das Beenden beenden. Doch dann sagt man mir, alles hat ja ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Und was für ein Murks das sei, der sein zu wollen, der alles, was nicht lange hält, an den Pranger stellt. Doch ich meine, wir können doch aufpassen und Acht geben. Die Acht nehmen um 90 Grad, drehen, hinlegen und dann sehen, ob dadurch vielleicht doch endlich, endlich und endlich wird. Und dann blicke ich mal zurück, dann sehe ich viel zu viele Dinge, die wir liebten, sie aber dennoch verenden ließen. Gerade, weil wir uns selber sie beenden ließen. Eine kleine Lieseprobe. Wir waren einen Sommer lang unzertrennlich. Kurz wirkte die Zeit mit euch wirklich unendlich. Es war das Beste, ständig irgendwen in den Arm zu nehmen und den ganzen Tag nur dem, was man liebt, nachzugehen. Sich vor dem Schlafen gehen, nach dem Tag zu sehen und nach dem Aufstehen jeden Menschen, den man mag, zu sehen. Es ist die Zeit zu gehen, dann gekommen, schwören wir uns. Ey, hör mal, nächsten Sommer, da sehen wir uns wieder mal wieder und trinken Lieder um Hektoliter Tequila und singen Lieder wie Viva la Vida. Und was wurde aus dem Versprechen? Diese Leute, die ich kaum kenne und trotzdem meine zweite Familie nennen, verbringen diesen Sommerurlaub auf. Sizilien. Ende. Und nächstes Kapitel. Und Ende. Und nächstes Kapitel. Und Ende. Und nächstes Kapitel. Und bis der mit all diesem Anfang und Ende und Anfang und Ende gleich mein Leben nach momentanem Stand, einem kurzgeschichten Sammelband. Und zwischen einem Band Geburt und einem Band Tod reiht sich Kapitel ohne Titel an, Kapitel ohne Titel an, Kapitel ohne Titel an, 237 leere Seiten. Ich bin noch sau jung und hab verdammt viel Platz zum Schreiben. Doch statt nächstes Jahr wieder mal wieder und Viva la Vida fahr ich dies Jahr mit Nina zum Skifahren. Alles, was davor war, liegt als Skript verpackt in meinem Gedächtnis. Und ich sag nicht, dass das was wahr schlecht ist. Ich bin nur sauer, dass wir das, was wir liebten, enden ließen. Das stimmt schon. Unser Leben wird vom Verschleichs bestimmt, bis wir alle irgendwann mal Geister sind. Und vielleicht, vielleicht hab ich auch einfach nur Angst. Vielleicht bin ich einfach dieses Kind, das seinen krassen Stuss vom verhassten Schluss von dieser Bühne plärrt, die es auch irgendwann verlassen muss. Ja? Alles endet. Doch ich meine, wir können darauf aufpassen und Acht geben. Die Acht nehmen und noch sich gerade drehen, hinlegen und dann sehen, dass auch dadurch nicht endlich, endlich und endlich wird. Ende. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr sagt, hey, ich würde gerne ein bisschen mehr Unterhaltung in dieser Zeit haben. Ich mach gemeinsam mit Hannes vom Wort für Wort Poetry Slam einen YouTube-Kanal. Dort heißen wir Bereicherungsbetrieb. Schaut dort gerne mal vorbei. Und ansonsten wünsche ich mir, dass all dieses bald ein Ende hat. Wir werden bald wieder raus dürfen und uns wieder auf einer Bühne sehen. Bis dann. Vielen Dank. Tschüss. 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 Tschüss.